Du fängst an. Oh, das ist viel zu klein, ne? Oh, das ist zu klein. Da musst du dann... Dann muss ich das nehmen. Ja, also... Also, wir sind die 45er und werden immer würziger. Weiter. Wir treffen uns seit vielen Jahren, haben schon ganz Deutschland abgefahren. Von nah und fern kommen wir heran, meistens auf der Autobahn. Seit 40 Jahren kennen sich die Herren. Sie hatten mal den Stirn auf der Stirn, äh, auf der Stirn den Stern. Wir sind ein lustiger Verein. Essen und Trinken finden wir ganz fein. Dieses Jahr ist Weimar dran. Mal sehen, was die Stadt so kann. Die Stadt der Denker und der Dichter, da gehen uns auf so manche Lichter. Auch das Wetter ist ganz fein. Es lacht so schön der Sonnenschein. Schnell vergeht die Zeit mit Reden und Lachen und manch anderen schönen Sachen. Morgen müssen wir zurück, aber es ist ja unser Glück. Und das ist ganz sicher wahr. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Applaus Applaus Vielen Dank.